Gut, liebe Geschwister im Islam, wir befinden uns im zehnten Jahr nach der Entsendung des Propheten, beziehungsweise wir befinden uns im elften Jahr nach der Entsendung des Propheten, a.s.w. Im zehnten Jahr gab es mehrere sehr, sehr traurige Ereignisse. Was war das erste traurige Ereignis für den Propheten, a.s.w.? Im Rajab ist Abu Talib gestorben. Großer Rückschlag. Denn im zehnten Jahr wurde auch die Mokata'a, der Boykott beendet, der drei Jahre gedauert hat, der bis dahin der schlimmste Schlag gegen die Muslime war, wo sie wirklich nur Blätter von Bäumen essen konnten, heute von Tieren, wo sie vollkommen boykottiert wurden, wirtschaftlich, sozial. Der wurde beendet. Und in dieser Zeit hat Abu Talib den Propheten geschützt, denn sie haben die Muslime boykottiert, weil sie sie töten wollten. Ganz gewaltig. Weil sie den Propheten, a.s.w. töten wollten. Dann im Ramadan, und jetzt müsst ihr euch vorstellen, Abu Talib, der den Propheten geschützt hat in all dieser Zeit, und wenn man genau sieht, eigentlich 42 Jahre, ca. 42 Jahre hinter ihm stand, ist auf einmal tot. Und ist ohne den Islam anzunehmen gestorben. Ein großer Rückschlag und ein sehr, sehr trauriges Ereignis für den Propheten, a.s.w. Dann im Ramadan, also zwei Monate später, Rajab, Shaaban, Ramadan, stirbt wer? Shad Khadija radiallahu anha. Seine Frau, die ihn immer unterstützt hat, sowohl finanziell als auch psychisch, mental. Dass sie z.B. ganz in der Anfangszeit dem Propheten, a.s.w. ganz am Anfang schon gesagt hat, ihm vorausgesagt hat, dass Allah jemand wie ihn niemals in den Stich lassen wird. Sie stirbt auf einmal. Die Frau, die er so sehr geliebt hat. Dann was passiert? Der Prophet, a.s.w. macht trotzdem weiter im 10. Jahr und geht nach Teuf. Und was passiert dort? Er wird mit Steinen beschmissen und abgelehnt. Und er sagte, dass dies der schlimmste Tag war an einer anderen Stelle. Dann gibt es einige, die sagen, dass im selben Jahr auch Israel al-Mirad stattfand. Darüber haben wir im letzten Teil gesprochen. Aber wie gesagt, da gibt es unterschiedliche Meinungen drüber. Und in dem ganzen Jahr, in dem ganzen 10. Jahr hat nur eine einzige Person den Islam angenommen. Von der, die bekannt sind. Ades. Das ist dieser christliche Jugendliche, den der Prophet getroffen hat, als er aus Teuf zurückgekehrt ist, nach Mekka. Eine einzige Person. Das heißt, ihr müsst euch vorstellen, wie demoralisierend schwierig das ist. Ich möchte, dass wir uns in diese Lage hineinversetzen, wie demoralisierend schwierig diese Situation ist. Aber der Prophet, a.s.w. macht weiter. Und in der Hatsch-Saison, geht der Prophet, a.s.w. immer, zu den Zelten, der Pilger, insbesondere in Zulhijja, in Mina, und redet mit denen. Und in dem 10. Jahr hat kein einziger Stamm den Islam angenommen. Kein einziger Stamm, keine einzige Person, außer dieser Ades. Es gibt keinen einzigen Bericht von jemandem, der den Islam angenommen hat. Dann kommt das 11. Jahr. Im 11. Jahr gab es dann einige Einzelpersonen, die den Islam angenommen haben. Insgesamt fünf, wobei bei einer von diesen fünf umstritten ist, ob das in diesem 11. Jahr gewesen ist oder ob das noch früher gewesen ist in der Anfangszeit. Erstens, Suwadi bin Samit. Das war ein Schayer, ein Poet aus Medina gewesen. Er hat den Koran gehört und den Islam sofort angenommen. Er wusste, das ist die Wahrheit. Er hat gesagt, er hat die Hekma von Luqman dabei. Der Prophet hat gesagt, ich habe das, was du hast, ist schön. Aber das, was ich habe, ist etwas Besseres, hat ihm den Koran vorgelesen. Er hat sofort gemerkt, das kann nicht das Wort von einem Menschen sein, hat den Islam auf der Stelle angenommen. Zweite Person, Iyaz ibn Mu'adh, ein Jugendlicher, circa 13 Jahre alt. Auch aus Medina, ist kurze Zeit später gestorben. Beide diese Personen, Suwadi bin Samit und Iyaz ibn Mu'adh, sind kurze Zeit später gestorben. Dann gab es einen, die Mädel Azdi. Er kam zum Propheten, er kam aus dem Jemen. Nach Mekka hat er gehört, da ist jemand, der ist Majnun, wird verzaubert. Und da wollte er Rukja beim Propheten, a.s.m. machen. Und er kam zum Propheten, a.s.m. und er wollte ihm helfen. Er hat von ihm gehört, er hatte Mitleid gehabt mit ihm, wollte Rukja machen. Und der Prophet, a.s.m. hat einige Worte mit ihm gewechselt. Und dann wusste er, das ist die Wahrheit und hat den Islam auf der Stelle angenommen. Diese Personen haben den Islam auf der Stelle angenommen, weil sie wussten, wie z.B. der Shahr, der Poet, der war ein Spezialist im Poet, der Suwadi bin Samit. Und dieser Demed al-Azdi kannte sich aus mit Rukja. Deswegen wussten sie, die Worte, die er spricht, das ist die Wahrheit. Aber hier sieht man bei Demed al-Azdi, sieht man eine Sache. Was hat ihn zum Propheten, a.s.m. gebracht? Die Medien. Die Medien der damaligen Zeit, die über ihn schlecht geredet haben, über den Propheten, a.s.m. schlecht geredet haben, haben dazu geführt, dass Demed al-Azdi zum Propheten, a.s.m. gekommen ist. Und genau die Situation haben wir heute oft. Es wird etwas Schlechtes erzählt, die Leute gewinnen Interesse und dann sagen sie, boah, es ist ganz anders, als ich gedacht habe. Das habe ich schon so häufig erlebt, dass Leute das sagen, ich habe von dir jetzt beispielsweise das und das gehört und dann habe ich mich selber informiert und habe ein ganz anderes Bild bekommen. Die nächste Person, Tufel Ibed-Amru Dossi. Tufel Ibed-Amru Dossi kam nach Mekka und er hat sich Baumwolle in die Ohren reingetan, weil sie ihm gesagt haben, der ist ein Zauberer, also nicht der ist verzaubert, sondern der ist ein Zauberer, weil die haben ja immer alle möglichen Aussagen, die sie bringen, die Medien. Damals waren eben die Medien nicht Bild-Zeitung oder RTL, sondern die Medien waren die Leute, die auf den Marktplätzen in Schi'ar, in Poesie ihren Quatsch erzählt haben. Was ist passiert? Ja, alhamdulillah. Auf jeden Fall, was ist passiert? Er war dann so neugierig gewesen, da hat er gesagt, ich will doch mal zuhören, hat zugehört und hat auf der Stelle wieder den Islam angehört, als er den Koran gehört hat. Er wusste, das kann nicht das Wort von einem Menschen sein, das muss das Wort Allah sein. Dieser Tufel Ibed-Amru Dossi hat den Propheten, a.s. zum Einmal gesehen und ist dann zurückgeschickt worden zu seinem Stamm und sollte die aufrufen. Und dann haben 70 bis 80 Häuser den Islam angenommen, von Doss. Unter ihnen die Familie von Abu Huraira. Unter ihnen Abu Huraira, radiallahu anhu. Was lernen wir daraus? Medien schaden nicht immer. Zweitens, du kannst mit wenig Wissen Dauer machen. Aber hier muss ich kurz halten. Du musst wissen, worüber du nicht reden sollst. Worüber sollst du nicht reden? Du sollst nicht über Sachen reden, von denen du keine Ahnung hast. Das ist wichtig. Deswegen, was ich, Geschwistern, immer sage in der Dauer, ich sage immer, du musst die wichtigste Frage beantworten können. Die Frage, die du nicht beantworten kannst. Wenn jemand zu dir kommt mit irgendeiner Sache, die du nicht kennst, dann sagst du einfach, ich bin kein Gelehrter, ich bin ein ganz normaler Muslim und ich darf über meine Religion nichts Falsches erzählen, ich kann gerne ihre Telefonnummer nehmen und dann informiere ich mich bei jemandem, der mehr Wissen hat und dann gebe ich ihnen die Antwort. So bist du raus. Weil der Fehler, den viele machen, ist, sie wollen auf Sachen antworten oder antworten auf Sachen, von denen sie keine Ahnung haben. Und mit wem hat Tufel Dauer gemacht? Man muss dazu sagen, er hat noch durch die Dua des Propheten ein Zeichen bekommen von Licht, wodurch die Leute den Islam angenommen haben. Das muss man hier bei ihm dazu sagen. Aber er hat mit Leuten Dauer gemacht, nicht die irgendwelche Experten wahrnehmen, in Widerlegung des Islam. Weil heute haben wir es mit irgendwelchen Muslimen zu tun, die gehen in irgendwelche Foren, wo jemand ist, der hat zehn Jahre studiert, wie er die Muslime durcheinander bringt. Halt dich davon fern. Lerne erstmal die Grundlagen deiner eigenen Religion. Die nächste Person ist Abu Zha'al Rifari. Die fünfte Person. Und bei Abu Zha'al Rifari ist es etwas umstritten, ob er im elften Jahr den Islam angenommen hat oder viel früher in der Anfangszeit. Weil einiges spricht dafür, dass er viel früher in der Anfangszeit den Islam angenommen hat. Weil er sehr geheim nach Mekka reingegangen ist und den Propheten, a.s.w. gesucht hat, etc. Aber so oder so, er hat den Propheten getroffen, hat den Islam angenommen, der Prophet hat gesagt, er soll nichts sagen. Er soll die Sache für sich behalten und zu seinem Stamm zurückkehren. Aber Abu Zha'r war eine Persönlichkeit. Er hat gesagt, Wallahi, ich werde vor Ihnen offen ausrufen. Und er ging direkt vor die Kaaba, hat sich dorthin gestellt, hat gerufen, Es shallu an la ilaha illallah wa es shallu anna muhammad rasulullah. Und die kamen alle an, haben ihn zusammengeschlagen. Bis einer kam und sagte, hey, seid vorsichtig, der ist von Rifah. Der Stamm Rifah war bekannt, dass das Räuber und Banditen waren. Das waren harte Leute gewesen, ja, sozusagen. Ja, und der wurde zusammengeschlagen. Was hat der gemacht, der Abu Zha'r? Der ist am nächsten Tag nochmal dahin gegangen und hat sich vor die Kaaba gestellt und gesagt, ich bezeuge es mit keinen der Anbetungswürger, Und die kamen wieder und haben ihn zusammengeschlagen. Und dann ist er endgültig dann nach Rifah gegangen und der ganze Stamm von Rifah hat den Islam angenommen. Und ich habe euch eben gesagt, die waren bekannt als Räuber und Banditen, sozusagen, die die Wege unsicher gemacht haben. Also, dass es viele von denen gab, ja, so. Gefährliche Großfamilie, sozusagen. So. Auf jeden Fall. Ja, um das so ein bisschen bildlich darzustellen. So, und dann müsst ihr vorstellen, als der Prophet Al-Israel dann nach Medina kam und dadurch, dass die Islam annehmen, hat der Nachbarstamm in Eslam auch den Islam angenommen. Das heißt, durch eine Person, die den Propheten zwei, dreimal getroffen hat, haben zwei komplette Stämme den Islam angenommen. Wie viel Wissen konnte der in den zwei, drei Sitzungen haben? Nur wenig. Aber die Persönlichkeit, die der hatte, dieser Mut, diese Wirkung. Ihr könnt euch vorstellen, jemand, der so ist, Wallah, ich gehe da hin und ich sage denen das mitten ins Gesicht. Der Volkaba wird zusammengeschlagen, am nächsten Tag kommt er noch mal hin und macht das noch mal. Und der hätte es wahrscheinlich noch fünf, sechs Mal gemacht, und das hätte ihn nicht interessiert. Und so ist er auch zu seinem Stamm gegangen. Und dann, als der Prophet in Medina kam, kam er dann und da kamen sie mit einer großen Menge von Menschen. Der Prophet sagt, kun abu dar, kun abu dar, sei abu dar, ja. Und da war das wirklich abu dar und da wurden die Muslime noch mal gestärkt mit hier zwei Stämmen, Eslam und Rifar. Rifar, all die starken, gefährlichen Leute sozusagen dabei. Alhamdulillah. Auf jeden Fall, das war mit Einzelpersonen. Jetzt muss man wissen, dass der Prophet, a.s. gerade in diesen Hatsch-Monaten sich darauf fixiert hat, Dawa zu machen mit Stämmen. Wir haben gesagt, im zehnten Jahr hat das nicht funktioniert. Und im elften Jahr hatte er das Ziel gehabt, hatte er das Ziel gehabt, nicht nur, dass der Stamm den Islam annimmt, sondern gleichzeitig ihm Schutz gewährt. Der Prophet, a.s. hat gesehen, nach dem zehnten Jahr, wie hieß das zehnte Jahr auch, Amul Husin, das Jahr der Trauer, sind in Mekka alle Wege versperrt. Okay? Das heißt, er braucht jetzt einen neuen Ort, von wo er die Dawa koordinieren kann. Und deswegen hat er nach einem neuen Ort gesucht. Genau wie er das mit Torhuf gemacht hat. Er ist vorher schon nach Torhuf gegangen, das haben wir schon erzählt, hat dort auch versucht, die Suamah, die Führer von Torhuf, für sich zu gewinnen. So, jetzt. Er geht von Stamm zu Stamm. Von Stamm zu Stamm. Man muss hierbei sagen, es ist nicht gesichert, ob er jetzt alle Stämme in diesem Jahr abgeklappert hat, oder ob er bei verschiedenen Stämmen vorher schon in den Jahren gewesen ist. Aber ich zähle euch hier mal einige Stämme auf. Also, es sind insgesamt hier schon 15 Stämme, die aufgezählt werden. und ich habe bei einem Gelehrten gehört, dass er von 26 Stämmen insgesamt geredet hat. Das heißt, er ging von Stamm zu Stamm zu Stamm zu Stamm zu Stamm zu Stamm zu Stamm. Und bei einigen Stämmen sind Details auch bekannt, was also genau passiert ist. Zum Beispiel, Benu Amir bin Sasa. Der Prophet, a.s. s.a.s. Ach ja, genau. Was ich noch sagen wollte, was noch eine Besonderheit war. Die Besonderheit war bei dieser Dawa, dass er nicht mit Einzelpersonen direkt geredet hat, sondern direkt den, sondern versucht hat mit den Führern, das so zu machen, dass er direkt den ganzen Stamm einlädt, und dass er Schutz von denen bekommt. Es ging nicht nur darum, dass sie den Islam annehmen, sondern er wollte gleichzeitig Schutz von denen bekommen und einen neuen Ort haben für die Dawa. Zweitens, es war alles geheim gewesen. Logischerweise. Stell dir vor, die Kureich, die Muschrikun der Kureich hätten mitbekommen, der sucht Schutz vor ihnen. Das wäre eine offene Kriegserklärung gewesen. Deswegen ist er in der Nacht gegangen, zu, und wir wissen das heute, zum Beispiel in Minna, diese Zelte dort, so gab es damals auch natürlich andere Zelte, nicht wie heute mit Klimaanlage etc., aber das war natürlich viel einfacher und viel kleiner alles. Und er hatte Abu Bakr dabei. Manchmal Abu Bakr und Ali dabei. Aber warum hatte er unbedingt Abu Bakr dabei gehabt, wenn er zu den Stämmen gegangen ist? Weil Abu Bakr der Experte war in der Geschichte und in der Abstammung der arabischen Stämme. Das heißt, Abu Bakr wusste sofort, aha, das ist der Stamm XY, die haben diese und jene Geschichte. Deswegen war es für den Propheten a.s. sehr nützlich. Und wir sehen auch bei einigen Stämmen, dass Abu Bakr das Wort ergriffen hat, als mit den Stämmen gesprochen wurde. Auf jeden Fall, Ben-U'ame bin Sa'asa beispielsweise, da kam der Prophet a.s. a.s. und sprach mit einem Führer namens Bayhara und stellte den Islam vor. Üblicherweise las er immer etwas vom Koran vor, so wird das hier wahrscheinlich auch gewesen sein. Und dann sagte dieser Bayhara zu seinen Leuten, wenn ich diesen Jungen sozusagen, obwohl er gar nicht mehr so jung war, bekommen würde, für mich gewinnen würde, dann würden wir mit ihm die Araber die Araber aufessen, sozusagen besiegen. Das heißt, er hat sofort ein weltliches Ziel im Auge gehabt. Jetzt müsst ihr euch vorstellen, der Prophet a.s. ist total unterdrückt in Mekka. Es ist eine extrem schwierige Situation. Drei Jahre lang wollen sie ihn töten und nur Abu Talib stand dazwischen. Praktisch. Und sie mussten sogar rausgehen und in einem Tal von Abu Talib, in einem kleinen, wie so ein kleines Tal von Abu Talib schlafen und ihn beschützen, weil sie ihn töten wollen. Und jetzt ist Abu Talib schon seit über einem Jahr tot. Das heißt, es ist eine sehr, sehr, sehr gefährliche Situation. Und jetzt sagt dieser Beihara, okay, ne, wir machen sinngemäß, wir helfen dir und du setzt dich durch mit deiner Sache. Kriegen wir dann danach die Herrschaft, wenn du tot bist? Die Führungsgewalt, kriegen wir die dann danach? Das heißt, ob wir die danach kriegen, nach dir, hier kommt nicht genau raus für mich, ob er damit meint, nachdem der Prophet gestorben ist oder nachdem sie den Sieg bekommen haben. Ja? Das heißt, die haben schon weltliche Ziele im Kopf. Was sagt der Prophet a.s. a.s.? Guck mal, er ist wirklich so unter Druck und er braucht unbedingt jemanden, der ihm hilft. Was sagt der Prophet? Er sagt, die Befehlsgewalt gebührt Allah und er gibt sie, wem er will. Das ist nicht mein Recht, dir das zu geben. Was lernen wir daraus? Und das ist sehr, sehr wichtig für die meisten Muslime in der heutigen Zeit. Keine faulen Kompromisse auf Kosten der Religion eingehen. Wie viele Moscheegemeinden, wie viele Verbände gibt es, die sobald der Mächtige ihnen etwas gibt und sagt, guck mal, wenn ihr das und das macht und euch da und dafür einsetzt, dann geben wir euch das und das und das auf Kosten der Religion. Das auf Kosten der Religion, was wir schon alles im Internet, was wir schon alles gehört haben. Ja? Im Fernsehen, dass ein beispielsweise ein Funktionär von einem großen Islamverband sagt, Schwimmen ist gar kein Problem für die Mädchen, ich würde sogar meine eigene Tochter zum Schwimmunterricht bringen. Beispielsweise. Oder, dass man beispielsweise sich nicht, dass man beispielsweise einen Mohanad Khorshide, der staatlich geprüfte Islamfälscher in die eigene Moschee einlädt und dort einen Vortrag machen lässt und ihn damit fördert. Obwohl diese Person die Hölle in seinem Buch leugnet und den größten Kuffer verbreitet und der Professor ist, der die Lehre ausbildet für die Schulen, um Islamunterricht den Kindern beizubringen. Und so viele Sachen, wo faule Kompromisse geschlossen werden mit irgendwelchen Politikern. Der Prophet obwohl es hier indirekt um Leben und Tod geht, sagt ihm klipp und klar, nein, die Führung der Befehl gebührt Allah, er gibt dem wehme will. So, das dazu. Dann kam es zu einer Sitzung mit Benu Sheyban. Benu Sheyban ist ein Stamm auf der arabischen Halbinsel, Nordosten, auf der arabischen Halbinsel Richtung Irak. Von Benu Sheyban ist beispielsweise auch Mohammed Ibn Hassan Sheybani einer der ganz großen Schüler von Abu Hanifa. Rahim Stamm Sheyban ist auch Ahmed Ibn Hanbal. Und sie haben sich dorthin gesetzt, Abu Bakr hat das Wort ergriffen. Er sagte vor zum Propheten, diese Leute haben Stärke und Erfahrung. Nach dem Motto, er wollte die motivieren. Wenn wir die gewinnen, Benu Sheyban in der Nähe vom Irak, das sind richtig Leute, die wir gut gebrauchen können. Das ist ein Wahnsinn Stamm sozusagen. Abubakar fing an mit denen zu reden, Abubakar fing an zu provozieren. Wie viele Leute habt ihr? Wie viele Kämpfer sozusagen? Tausend. Und Abubakar fing an zu reden. Mafruk ist der der geredet hat. Bei der Lekal sind wir stark. Aber die wussten schon ungefähr worum es ging. dann ging es zum Gespräch. haben zuerst gedacht, Abubakar wäre der der Prophet. Und dann ging es los. Der Prophet stellte ihnen den Islam vor und las ihnen einige Verse aus dem Koran vor. Das ist sehr interessant, welchen Vers der Prophet genau vorgelesen hat. Ich lese euch das einfach mal nur auf Deutsch vor. Weil sie wollten von ihm wissen, womit er gekommen ist. Und der Prophet sagte, sag, kommt her, ich will euch verlesen, was euer Herr euch verboten hat. Ihr sollt ihm nichts beigesellen, also kein Schirk machen, die größte Sünde, und zu den Eltern gütig sein. Und tötet nicht eure Kinder aus Armut, wir versorgen euch und auch sie und nähert euch nicht den Abscheulichkeiten, also Unzucht, was von ihnen offen und was verborgen ist. Und tötet nicht die Seele, die Allah verboten hat zu töten, außer aus einem rechtmäßigen Grund. Dies hat euch anbefohlen, auf das ihr begreifen möget. Und nähert euch nicht dem Besitz des Waisenkindes, außer auf die beste Art, bis es seine Vollreife erlangt hat. Und gebt volles Maß und Gewicht in Gerechtigkeit, wir legen keiner Seele mehr auf, als sie zu leisten vermag. Und wenn ihr euer Wort gebt, dann seid gerecht, auch wenn es haltet euren Bund gegenüber Allah, dies hat er euch anbefohlen, auf das ihr bedenken möget. Das ist das. Von all den Versen, wir sind ja noch in der mechanischen Phase, das meiste vom Koran ist in der mechanischen Phase, das ist die Ende der mechanischen Phase, es sind so viele Verse offenbart worden, aber das sind genau die Verse, die der Prophet ihnen vorgelesen hat. Woraus bestehen diese Verse? Diese Verse bestehen aus Regeln, verboten. Sag, kommt her, ich will euch verlesen, was er euch verboten hat. Ihr sollt ihm nichts beigesellen, zu den Eltern gütig sein, eure Kinder nicht töten, ihr sollt keine Abscheulichkeiten begehen, ihr sollt die Seele nicht töten, und dann geht es weiter, ihr sollt den Besitz des Weisengindes Regel, Verbote, aber die haben auch mit Mekarimul Akhlaq, mit dem guten Benehmen und dem guten Anstand zu tun. Das sind alles Regeln, die vernünftig sind. Ich meine sowieso, alle Regeln sind vernünftig im Koran, selbstverständlich. Aber es gibt halt einige Regeln, die vielleicht nicht direkt für jeden sofort nachvollziehbar sind, auf den ersten Blick, aber diese Sachen sind alle sofort nachvollziehbar. Was lernen wir dadurch? Vor einigen Jahren, als beispielsweise das Lease-Projekt gab, und ich will nicht über bestimmte Inhalte vom Lease-Projekt selber reden, ich will nur über die Tatsache reden, dass der Koran verteilt wurde. Wenn ich etwas kritisiere, muss ich es richtig kritisieren. Da gab es dann einige, die meinten, man solle den Koran nicht geben, weil der Prophet in Jemen geschickt hat und er hat die erst mal zur Schahara aufgerufen. Er hat gesagt, du kommst zu einem Volk von Ahl Kitab, das Erste, wozu du aufrufen sollst, ist, die Schahara, dass es keinen Gott gibt außer Allah, und wenn sie dir daran folgen, dann sollst sie zum Gebet aufrufen, wenn sie daran folgen, dann zum Säcke und wenn sie ja so dann aber im Koran gibt es viele Regeln erst mal Punkt Nummer eins wenn wir in einer Sache in der Religion argumentieren picken wir uns nicht einen Hadith raus und lassen andere Hadithe aus oder picken uns ein Ayat raus und lassen andere Ayats raus Nummer eins hier haben wir dass der Prophet extra einen Vers aufzählt wo es um Regeln gibt geht zweitens wir müssen wissen mit wem wir reden der Prophet hat diese Leute in Jemen geschickt wann war das kurz vor seinem Tod gewesen wo die Leute sowieso schon von ihm gehört haben wir haben es und er hat nicht gesagt du darfst dir nicht den ganzen Koran vorlesen an vielen Stellen in der Sira gibt es andere Stellen wo er Leute anders Dawa machen lassen hat zu dem kommen wir gleich hat er nicht gesagt das erst wozu du sie aufrufen sollst das und das sein aber was wir lernen ist nicht dass ich jemand es ist ein Unterschied ob ich jemand informiere über die Religion oder ob ich jemand zu etwas aufrufe der Prophet informiert sie hier über die Religion er sagt nicht hier du musst fünf am Tag beten du sollst nicht töten sondern er informiert sie hier über die Religion diese Leute wussten was auf sie zukommt und der Mann der in Deutschland den Islam annehmen will der möchte sich erstmal über die Religion informieren und wenn du ihm den Koran gibst dann sagt er die haben nichts zu verstecken kann ich einfach selber mal nachlesen und wir sehen dass es viele Menschen gibt die durch das lesen des Korans den Islam angenommen haben und große Gelehrte wie beispielsweise Ibn Bez Rahimullah haben die Erlaubnis damals Korane verteilt unter den amerikanischen Soldaten und das erzählt der Billah Phillips und da haben insgesamt 5000 amerikanische Soldaten in Saudi-Arabien den Islam angenommen durch das Lesen des Korans Billah Phillips erzählt diese Geschichte und sagt wir haben denen den Koran gegeben kam eine Woche später auf einmal wollten den Islam annehmen deswegen man soll bitte nicht immer versuchen nur weil jemand anders etwas macht irgendetwas an den Haaren herbeizuziehen und etwas aus einem Hadith herauslesen was dort nicht steht in dem Hadith von Mu'ath Ibn Jebel steht nicht du darfst die nicht über die Verbot und Gebote im Islam aufklären es steht dort rufe sie zuerst zu Schahada auf das macht der Prophet er ruft sie zu Schahada auf und jetzt informiert er sie über die Religion das wollte ich erst mal kurz gesagt das lernen wir aus was war das Ende davon die waren begeistert Ben Ucheben war begeistert davon aber was sagten sie sie sagten dass womit du gekommen bist ist gut aber es ist nicht vernünftig für uns wir haben hinter uns auch noch Leute also das heißt hinter uns steht ein ganzer Stamm es ist nicht vernünftig für uns dass wir nach einer Sitzung ohne großartig darüber nachzudenken sofort den Islam annehmen sinngemäß wir müssen das erstmal mit anderen Leuten besprechen daraufhin sagte der Prophet ihr wart sozusagen ihr habt die Wahrheit gesprochen und wart fair gewesen das war halt ein Stamm mit dem man sich gut unterhalten konnte und dann sprach jemand der heißt Al-Muthanna Ibn-Haritha ist eine sehr der hat später den Islam angenommen und ist einer der Führungspersönlichkeiten gewesen die Persien erobert haben Al-Muthanna Ibn-Haritha sagte dann zum Propheten Al-Israel zum sinngemäß dass der Prophet Al-Israel verstanden hat er wollte ja Schutz von denen haben dass sie sozusagen zwischen zwei Gewässer Ansammlungen sind zwischen den Arabern und den Persern und er sagte ihm mit anderen Worten wir können dir gegen die Araber helfen aber nicht gegen die Perser die Perser waren damals eine Weltmacht Dr. Raghrib Serjani sagt ein muslimischer Historiker Spezialist für Geschichte er sagt dass die Sassaniden so nennt man die Perser der damaligen Zeit zwei Millionen Soldaten hatten das war damals die Weltmacht die Byzantiner oder die Römer und die Perser zwei Millionen Soldaten die Muslime hatten zu dieser Zeit circa schätzungsweise 300 400 Anhänger einige waren in Habascha in Abyssinien einige waren in Mekka einige waren in Medina und hier vereinzelt da und da jemand der hier und da den Islam angenommen hat circa 300 400 Leute jetzt sagt der von dem bekannten stamm dem Propheten sinngemäß durch die Blume ja wir können euch helfen gegen die Araber aber nicht gegen die Perser mit den Persern gab es bis dahin noch überhaupt gar keinen Konflikt normalerweise müsste normalerweise unser einer würde sagen wo sind die Perser wo sind wir zwei Millionen gegen 400 ist eine ganz andere Welt da muss dir mal vorstellen da sagte der Prophet etwas sehr sehr wichtiges diese Religion kann nur helfen wer sie von allen Seiten umfasst das heißt er geht keinen Kompromiss mit denen ein er sagt nicht zu denen ja ok ja gut dann machen wir so guck mal gib mir die hand ihr helft mir gegen die Araber dann komme ich zu euch und mit den Persern das machen wir anders und die wussten schon dass diese und das haben sie auch selber gesagt die von Benno Cheban dass das womit er gekommen ist etwas ist was die Moloog die Führer die Könige nicht mögen warum weil die Souveränität die Herrschaftsgewalt ist hier für wen nicht für den König die Herrschaftsgewalt ist nicht mehr der Mensch herrscht über den Menschen sondern Gott herrscht über den Menschen und da haben die ein Problem mit bis heute deswegen die Geschichte die am meisten im Koran erwähnt wird ist welche Geschichte von Musa warum weil Musa es mit einem Führer zu tun hat und wir dadurch weil Allah wusste wir werden es immer mit solchen Problemen zu tun haben oder häufig mit solchen Problemen in der Geschichte zu tun haben damit wir daraus Lehren ziehen er lässt sich auf keinen Kompromiss sein und dann sagt er etwas der Prophet er gibt ihm sinngemäß mit sagt was lässt dich wissen er gibt ihm praktisch eine frohe Botschaft dass ihr nicht bald von den Persern die Länder bekommt die ihr Vermögen bekommt und ihre Frauen bekommt er gibt ihm die frohe Botschaft mehr oder weniger wir werden die Perser erobern die sind 300 400 Leute die Perser sind 2 Millionen Soldaten die einen sind eine Weltmacht die anderen sind unterdrückt in Mekka was ist das für ein Selbstbewusstsein und das hat der Prophet von Anfang an den Sahabern mitgegeben von Anfang an hat er ihnen mitgegeben und deswegen haben sich die Götzen die sich manchmal lustig gemacht haben gesagt das sind die Herrscher der Welt aber das ist die Vision die man haben muss guck mal ich gebe immer die Beispiele mit Sport als kleines Beispiel aber wie viele Leute wurden sich lustig gemacht vor kurzem habe schon einen Vortrag gemacht über Robert Lewandowski wo der Mannschaftsarzt den Aussortiert hat gesagt der ist zu dünn kannst du nicht vergessen so nach diesem Motto heute vielleicht Weltfußballer des Jahres nur als kleines Beispiel nur als Beispiel wenn wenn durch Sunatullah durch die Gesetzmäßigkeiten die Allah erschaffen hat jemand durch Anstrengung etwas schaffen kann was unmöglich aussieht was ganz schwer aussieht wie ist es dann erst mit jemand der etwas für Allah macht so jetzt die Frage stellt euch vor zur damaligen Zeit genau an diesem Tag im elften Jahr elftes Jahr nach der Entsendung hätte jemand gesagt diese Leute diese Muslime die werden irgendwann die sassaniden die perser erobern wann denkst wie lange denkst du dauert das da würde man sagen die 300 400 echt die werden irgendwann erobern echt keine Ahnung vielleicht 100 Jahre vielleicht 1000 Jahre vielleicht 10.000 Jahre ich meine die sind ja gerade mal 300 vier und die anderen sind ja eine Weltmacht 2 Millionen Soldaten die haben mehr Soldaten als die schafe Kühe Kamele und alles zusammen und Regenwürmer oder was weiß ich keine Ahnung wisst ihr wie lange es gedauert hat 15 Jahre ungefähr 15 Jahre ungefähr 15 Jahre nach diesem Treffen klopfen die Muslime an der Tür der Perser und wer war ganz vorne in der ersten Reihe dabei diese Person von der ich eben geredet habe und zu ihm wurde auch gesagt von einem Sahabi wenn der Prophet nicht gesehen hatte er würde dich lieben er ist kein Sahabi weil er hat den Propheten zwar gesehen zu Lebzeiten aber er ist Muslim geworden und hat den Propheten dann nicht mehr zu Lebzeiten getroffen ein Sahabi ist jemand der den Propheten als Gläubiger zu Lebzeiten trifft nicht im Traum nicht vor dem Islam sondern als Gläubiger zu Lebzeiten das dazu das ist die Geschichte von Ben Usheban jetzt gehen sie weiter jetzt gehen sie weiter und sie kommen zu sechs Personen aus Medina Medina hat zwei arabische Stämme und drei jüdische Stämme die arabischen Stämme heißen aus diese sechs personen waren von den kass rats und leute dieser name ist ein ganz ganz wichtiger name kennt fast keiner leider wir kennen mehr fußballspieler asad ibn surara jabe ibn abdillah ja auf ibn al-harith raf ibn malik qutba ibn amir und utba ibn amir diese sechs personen der prophet aleyhiss salat salam kommt zu ihnen hin und stellt ihnen den islam vor sagt von khasra seid ihr von den verbündeten der juden die sagen ja ok der prophet alaihissalim stellt den islam vor und die nehmen sofort den islam an die haben sich noch mal beraten so geht das aus dem kontext hervor und haben den islam sofort an sechs leute und durch diese sechs leute hat die tür nach medina geöffnet und dann ging die tür nach medina ganz auf und dann kam es zum ersten islamischen start circa zwei jahre später circa zwei jahre später noch nicht mal sogar weniger als zwei jahre später überleg mal durch diese sechs leute indirekt was passierte sie nahmen den islam an aber jetzt die frage warum nahmen sie den islam direkt an bei den anderen fiel das so schwer hier ist mal eine frage guck mal der prophet ist zu so vielen stemmen gegangen ich dass das weit über 20 stemme waren zu denen er war von denen jetzt hier nicht berichtet wurde und guck dir das an alle haben ihn abgelehnt aber was ist dann passiert dann kam ein Stamm hat sie ab angenommen ist der Prophet gescheitert vorher nein das ist etwas sehr sehr wichtiges viele von uns sind so wenn sie keinen Erfolg haben im Sinne dass jemand ihnen glaubt oder ihren glauben den glauben annimmt dann schmeißen sie sofort die flinte ins korn hören auf ach ja ich kann das nicht ich habe keine weisheit der Prophet wurde abgelehnt nur hat 59 jahre Dauer gemacht kaum einer hat den Islam angenommen der Prophet berichtet in einem Hadith dass er am jüngsten Tag die Propheten sieht nur kommt ein Prophet der hat nur eine Gruppe von 9 bis zu 9 Personen bei sich und ein Prophet der hat zwei Leute bei sich und ein Prophet kommt der hat einen einzigen bei sich und ein Prophet kommt der hat keinen einzigen bei sich keinen einzigen ihr müsst euch vorstellen hat vielleicht ein Prophet vielleicht Jahrzehnte Dauer gemacht und kein einziger hat an ihn geglaubt und geht mit ihm ins Paradies war der Prophet schlecht natürlich nicht er ist ein Prophet die Propheten sind die besten Menschen die Menschen waren schlecht die er aufgerufen hat nicht seine Dauermethode er hatte Wahi Offenbarung von Allah gehabt und der Prophet hatte auch diese Probleme gehabt aber warum gibt es diese Probleme warum weil wir auf die Probe gestellt werden machen wir weiter und dann gibt es die Dauer kaputt quatscher wir haben immer mit Dummschwätzern in der Dauer zu tun die können immer die können die sind zu allem in der lage aber zu nichts fähig nein man muss das so machen man muss das so machen man muss das so machen ich frage dann immer einfach Entschuldigung weil wir machen ja alles falsch wie viel haben bei dir Islam angenommen was hast du welche Referenzen hast du eigentlich weil du kannst alles korrigieren ich meine da muss ja irgendwas vorliegend sein dass ich mir ein Beispiel an dir nehmen kann es gibt manche Leute die müssen unbedingt irgendwie die Nadel im Heuhaufen suchen irgendeinen Fehler finden ja und wenn sie keinen Fehler finden erfinden sie einen und das ist sehr schädlich weil wir haben es leider mit sehr vielen Leuten zu tun die sehr naiv sind sehr naiv sobald einer irgendwas sagt haben wir es mit vielen Leuten zu tun die direkt durcheinander sind irgendeinen Islam hast oder oder ex angeblicher ex muslim kommt und erzählt irgendwas ja der hat das und das gesagt der hat gesagt im steht die er ist ein lineal und schwimmt durch das wasser das widerspricht der modernen naturwissenschaft der hat das und das gesagt hier habe ich ein Buch von einem hier dabei als Beispiel ich bin gerade den argumentativen abschluss am vorbereiten ist immer so schön wenn man es mit Leuten zu tun hat die so offensichtlich lügen weißt du weil es ja ganz einfach dann zu zeigen dass er lügt wenn einer zum Beispiel einen koranvers absichtlich entstellt übersetzt guck mal du kannst ja etwas falsch übersetzen und du kannst ja etwas komplett entgegengesetzt übersetzen ja ich kann zum Beispiel sagen kurur artig aber wenn du schreibst er Allah ist fünf Personen in einem oder Trinität da hast du absichtlich gelogen weil das ist etwas was was absolut nicht dort steht ja was dort falsch ist und hier hast du zum Beispiel mit Leuten zu tun die einfach irgendeinen Quatsch reinschreiben ja hier sagt zum Beispiel Allah sagt im Koran in Surah 3 Vers 7 sagt er er ist derjenige der das Buch auf dich herabgesandt hat zu diesem Buch gehören festgelegte festgesetzte eindeutige Verse was übersetzt hier unser Islam Spezialist er übersetzt statt irreführende Verse und dann schreibt er zwei Seiten Koran irreführende Verse das heißt du lügst erstmal und die Lüge benutzt du dann im Islam aber wir haben es dann mit irgendwelchen naiven Jugendlichen zu tun warum steht der im Koran irreführend schlag mal eine Übersetzung auf hol dir von mir ist die Übersetzung von irgendeinem nicht Muslim aus dem Büchershop das ist das das ist das Problem was wir haben wir haben mit vielen naiven Leuten zu tun sobald einer irgendetwas erzählt weil sie selber die Religion nicht richtig gelernt haben sind sie sofort durcheinander lernen erstmal richtig die Religion auf jeden Fall diese Personen diese sechs Leute nehmen den Islam an warum haben sie den Islam sofort angenommen was waren die Gründe erstens es gab einen Krieg und sie wollten dass der Prophet Harmonie wieder nach Medina bringt Nummer eins das heißt das war etwas was sie mit dazu motiviert hat das andere war die Juden haben ihnen immer gedroht dass ein Prophet auftreten wird in dieser Zeit und wenn der kommt werden sie zusammen mit dem Propheten die Araber töten Suche 2 Vers 89 als von Allah ein Buch zu ihnen kam das bestätigen zu den Juden also die Juden hat das auch erreicht das bestätigen was ihnen bereits vorlag also es geht jetzt um die Juden in Medina was ihnen bereits vorlag und so vor hatten sie um einen entscheidenden Sieg über die jenigen die ungläubig waren angerufen das heißt indem sie um die Entsendung das ihnen ihren Schriften verkünden neuen Propheten flehten also die flehten dass dieser Prophet kommt und haben denen schon damit gedroht wenn der kommt machen wir euch mit dem platt deswegen wussten die schon da kommen Propheten haben die gesagt wir folgen denen bevor die Juden dem folgen wir nehmen den glauben an dem von vorher an ja als nun zu ihnen kam was sie kannten verleugneten sie es das heißt die Chazeraj denen damit gedroht wurde die glaubten an ihn und sie glaubten nicht an ihn jetzt eine Sache die Araber der damaligen Zeit unterteilten sich und das habe ich in der Sira Serie schon erzählt in zwei große Gruppen Adnan Nihun und Kahtan Nihun Adnan Nihun sind die Nachfahren von Ismail Ismail der von Ibrahim in Mekka ausgesetzt wurde und Kahtan Nihun ist die andere große Gruppe wir sehen dass diese unter diesen Familien es oft Stress gibt sogar wenn die Zweige der Familie eng aneinander sind die Chazeraj sind von Kahtan Nihun von einem ganz weit entfernten Stamm sozusagen der mit den Koraysh sagen wir mal gar also gar nicht eng verwandt sein kann aber sie sind die jenigen die den Islam annehmen nicht die Leute aus Teuf nicht die Leute aus Mekka natürlich einige aus Mekka aber ich rede jetzt von dem Großteil der damaligen zu dieser Zeit der Großteil hat zu dieser Zeit ja noch den Propheten abgelehnt in Mekka was lehrt uns das wieder der Sieg die Hilfe kommt oft von dort von wo du es nicht erwartest und wann kommt der Sieg meistens dann wenn du in das Wasser bis hier steht jetzt kommt die Hilfe was passiert der Prophet schickt diese Leute zurück nach Medina und sie machen dort Dauer sie haben ihn einmal gesehen im nächsten Jahr kommen zwölf Leute zurück zwölf Leute und sie machen eine treue schwur zum Propheten der folgenden Inhalt hat der folgenden Inhalt hat so erstens Geht mit den treue schwur dass ihr niemandem beigesellt kein Schöpf begeht und dass ihr keine Sinne begeht und dass ihr eure Kinder nicht tötet und dass ihr nicht mit einer Verleubnung zwischen euren Händen und zwischen euren Füßen kommt also dass er etwas erfindet und dass ihr im Guten nicht ungehorsam seid bleiben wir kurz hier stehen hier sehen wir wieder dasselbe Schema Sachen die zu Makere Mul Achlag führen und noch etwas anderes er baut eine neue Gesellschaft auf diese Gesellschaft muss auf solchen Regeln basieren kein Diebstahl kein Betrug kein Töten kein Mord etc keine Unzucht Denn das ist etwas was viele gar nicht so richtig realisieren die Unzucht zum Beispiel in Deutschland zu wie vielen Problemen führt das familiäre Probleme Mord Totschlag etc nicht nur in Deutschland nicht dass jemand falsch wird aber allgemein das ist so wie ach ja ist ja gar nicht so schlimm Hauptsache wir haben Spaß so wird das oft vermittelt dabei ist es etwas was die Gesellschaften vernichtet und vernichtet hat in der Vergangenheit aber da wir in einer Welt leben wo das Ziel darin besteht sich selbst zu verwirklichen so viel weil man eigentlich unglücklich ist so viel Spaß wie möglich ich lebe von A bis B ich muss so viele Glücksmomente wie möglich in dieser Zeit haben denkt man nicht weitsichtig und die meisten Fehler die Menschen machen ist wenn sie kurzfristig denken und nicht weitsichtig denken dass ihr nicht im guten ungehorsam seid jetzt könnte jemand fragen gibt es etwas wo der prophet nicht gutes befiehlt nein aber hier gibt ja schon eine regel bekannt wenn wir sogar dem propheten nicht gehorsam sein wenn er etwas falsches wenn er etwas ungehorsames befehlen würde was er nicht macht wie ist es dann erst mit Leuten in der heutigen Zeit jetzt geht es weiter wer sich daran hält sein Lohn ist bei Allah ganz wichtig er sagt hier nicht dann kriegt ihr ein Palast dann kriegt ihr das der Lohn ist bei Allah das ist ein Fehler den viele machen damals als ich in Ägypten gewesen bin da fingen die Muslimien an den Leuten zu erzählen ja wir machen dies und das und es wird so und so und so und da wurde da ist damals ein schlimmer Fehler passiert da hat der Mohammed Morsi gesagt in einem Jahr werden wir das und das und das gemacht haben da habe ich zu den das heißt wir müssen immer daran denken der Haus Hauptziel wozu wir aufrufen ist was und das ist der Unterschied von den Khazraj hier zu wem wer kriegt danach die Führungsgewalt die wollen Dunja die wollen Akhira und wer davon etwas macht und er wird in der Dunja bestraft das heißt der Stiel dem wird die Hand abgeschlagen er macht Sina er kriegt Peitschen Hebe was ist dann dann ist das für eine Zöngung der Sünden in der Dunja er kriegt also keine Bestrafung mehr im Jenseits Und wer davon etwas macht ja und Allah verdeckt diese Sünde also keiner kriegt das mit so ist die Angelegenheit gegenüber Allah wenn er will wird er ihn verzeihen wenn er will wird er ihn bestrafen guck mal wie tief der Iman vieler Leute damals war eine Frau hat sich bestrafen lassen töten lassen für eine Sünde die sie begangen hat die Todesstrafe über sich ergehen lassen weil sie sicher gehen wollte dass sie nicht im Jenseits bestraft wird denn der Prophet sagte ganz wichtig jetzt diese zwölf haben diese Beya gemacht und sind zurückgekehrt nach Medina wen hat der Prophet mit geschickt Musa ibn Umar warum Musa ibn Umar welchen Grund und hier müsst ihr sehen wie strategisch der Prophet denkt erstens Musa ibn Umar konnte alles was bis dahin vom Koran offenbart wurde auswendig und er hatte viel Wissen in der Religion das heißt er war die perfekte Person um diese Aufgabe zu erfüllen die Dauer dort zu machen mit wem wird Dauer gemacht Dauer hat eigentlich vier verschiedene Gruppen erstens Dauer mit Nicht Muslimen zweitens Dauer mit Muslimen die wenig Wissen haben was natürlich hier der Fall ist die haben ja noch nicht viel lernen können drittens Dauer mit Alul Bida das gab es damals noch nicht das heißt das nennt man Dauer korrigierende Dauer viertens Dauer mit Dauer Talimiyah das heißt Muslime die schon dabei sind das heißt die tiefgründiger zu unterrichten seine Aufgabe war mit Nicht Muslimen Muslime die wenig Wissen haben und diese Grundlagen zu legen weil er Wissen hatte jetzt kommt wieder jemand sagt ja ihr wollt alle Dauer machen der Prophet nach Medina geschickt ja stimmt natürlich ist bevorzugt dass jemand Dauer macht der viel Wissen hat vor allem wenn er die Leute unterricht aber das heißt nicht dass ich nicht mit wenig Wissen Dauer machen kann und der Beweis dafür ist ja warum nimmst du den einen Beweis aber den anderen Beweis dass er die Khazraj geschickt hat nachdem sie einmal gesehen haben den nimmst du nicht warum pickst du dir genau die Sachen raus die dir in den Kram passen so wurde gefragt nach jemand wie jemand Dauer macht der wenig Wissen hat da sagt er er soll Dauer machen zu dem was er weiß der Prophet verkünde von mir selbst wenn es nur ein Vers ist dann wurde er gefragt wie macht jemand Dauer der kein Wissen hat also noch weniger man sagt er soll der kann Kassetten verteilen oder Broschüren aber der soll vorher jemand der Wissen hat fragen ob alles korrekt ist was in diesen Broschüren vorkommt das als Beispiel dann also Wissen die zweite Sache ist er war 35 Jahre alt muss ab das heißt er war weder zu alt um sich dort zu bewegen weil wenn er jetzt 80 Jahre alt gewesen wäre kurz vor seinem und zerbrechlich wie will er dort von Haus zu Haus gegangen ist eine anstrengende Aufgabe und er ist nicht zu jung um gar nicht respektiert zu werden drittens muss abgehört er zu den Reichen und hat durch den Islam alles verloren dadurch erkennt man sofort der Islam ist kein keine Rebellion der Armen gegen die Reichen und dadurch dass er den Reichtum aufgegeben hat für den Islam ist es bei ihm nicht zu erwarten dass er da in Medina in Fitna gerät aufgrund von mangelndem Essen mangelndem Reichtum etc die vierte Sache ist Musab Ibn Umair hat schon eine Hijra nach Abyssinien hinter sich und ist zurückgekehrt das heißt er hatte Erfahrung hieran sieht man wie strategisch der Prophet denkt und handelt so was war seine Aufgabe wie gesagt Dawa mit Nichtmuslimen und Muslimen und die Lage zu studieren wie gesagt wir haben hier sicherlich viele Lehren raus gewonnen möge Allah uns Segen geben in dieser Arbeit und nützliches Wissen dadurch Das das ist Gott und Gott und bei unseren Muslimen. Subhanak al-Uma b-hamdik. Aşer wa la ilaha illa anta. Asta'afir wa quatubu l-ikim. Untertitelung des ZDF, 2020